Und als nächste Rednerin zu Wort gemeldet Maria Großbauer, die Kultursprecherin der ÖVP. Das zeigt und beweist diese heftige Diskussion auch um das Radiosymphonieorchester ganz eindeutig. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, werte Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrter Herr Generaldirektor Weismann. Diese heftige Diskussion ist eigentlich irgendwie auch beruhigend, denn in Österreich kann man nicht einfach so flapsig dahin sagen, dass man ein wichtiges Orchester einsparen will. Auch kein Generaldirektor des ORF, das Weismann. Das ORF-Radiosymphonieorchester ist nicht nur Thema in Österreich, es beschäftigt mittlerweile ganz Europa sozusagen. Man diskutiert über diese wunderliche Idee des Generaldirektors. Wir sind entsetzt, sagen Münchenorchester in einer gemeinsamen Aussendung. Kein anderer österreichischer Klangkörper schreibt sich mit auch nur annähernd vergleichbarer Expertise und Leidenschaft der aktuellen Musik, heißt es in einer Stellungnahme der acht österreichischen Landesorchester. Dirigent Franz Welser-Möst sagt, das Musikland Österreich wird zu einem Witz, der nicht mehr lustig ist. Helga Rabelstadler sagt, ich hoffe, dass Österreich gegen diese Schließung aufsteht. Otto Schenk sagt, dieses Orchester aufzulösen wäre so, als würden wir unsere Geigen verheizen. Und ich sage, Sie alle haben recht. Das ORF-Radiosymphonieorchester ist ein fantastisches Orchester. Es widmet sich der zeitgenössischen Musik. Mit unzähligen Ur- und Erstaufführungen schreibt es sozusagen europäische Musikgeschichte fort. Der ORF muss bestimmt sparen, aber ich glaube nicht in der Kultur. Weder beim Orchester und ich finde auch nicht bei ORF III. Er muss eine langfristige und stabile Lösung finden für dieses wunderbare Orchester. Denn diese Diskussion, die immer wieder kommt, kann man eigentlich vernachlässigen. Es wurde schon mal die ORF Big Band eingespart. Es gab auch mal einen ORF Chor. Notabedien der ARD hat im Übrigen 16 Ensembles und Orchester. Unter ORF muss ich schon noch bewusst sein, welche Sendungen und Produktionen, die mit Abstand meistgesehenen sind. Das sind Sendungen zum Thema Kultur und Sport. Und die meistgesehene Sendung des ORF im Jahr ist das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Es wird in 95 Länder dieser Welt übertragen. Es wird von über 60 Millionen Menschen gesehen. Das ist so. Und im Übrigen, Kollege Spalt von der FPÖ, es gibt auch sehr viel Volkskultur in den Regionalradios, in den Bundesland-Sendungen. Also das ist ja etwas ganz Wertvolles und Wichtiges und findet auch statt, aus meiner Sicht. Und ich möchte zu diesem wichtigen Punkt, dass Österreich und damit auch der ORF auch beiträgt zu unserer Identität, aber auch zu unserem Image in der Welt. Außenminister Schallenberg kurz zitieren, der letzte Woche gesagt hat, anlässlich 50 Jahre Auslandskultur, Kultur ist ein zentrales Element unserer internationalen Softpower. Gerade jetzt, in diesen Zeiten, brauchen wir diese Softpower. Kultur bleibt und ist unsere verbindende Konstante. Und weil im Zusammenhang mit dem ORF auch immer wieder die Stichworte Digitalisierung und Streaming fallen, ich sage, in einer digitalen Welt brauchen wir auch stark das Analoge. Es ist extrem wichtig. Und da muss ich auch wieder meinen Lieblingssatz hervorholen, Kunst ist wie Küssen, das muss man auch spüren, live und echt. Aber zurück zu den Gesetzen. Im ORF-Gesetz, Paragraf 4, ist der öffentlich-rechtliche Kernauftrag ganz klar verankert. Es gibt einen ganz klaren gesetzlichen Bildungs- und Kulturauftrag und in mehr als der Hälfte aller Punkte kommt das Wort Kultur oder Bildung vor. Des Weiteren die Begriffe österreichische Identität, kulturelle Eigenständigkeit Österreichs, regionale Identität, vielfältig, kreativ, Produktion, Unverwechselbarkeit, hohe Qualität. Dass es ein neues Finanzierungsmodell für den ORF braucht, ist keine Erfindung der Bundesregierung und auch nicht der Medienministerin. Der ORF selbst hat beim Verfassungsgerichtshof einen Antrag eingebracht zum Thema Finanzierung. Und niemand hat dem ORF vorgeschrieben, was er sparen soll, sondern nur, dass er besser wirtschaften muss. Und ganz ehrlich, bei einem Jahresbudget von einer Milliarde Euro machen die 10 Millionen Euro für das Orchester genau ein Prozent aus. Zum Schluss beim Einzug hier ins neu renovierte Parlament ist eine historische Abbildung untergekommen, in der Abgeordnete im Bundesversammlungssaal Obstruktion, also Störung, mit Musikinstrumenten verüben. Herr ORF-Generaldirektor, also ich habe jetzt aufgrund der Dringlichkeit dieser Debatte leider kein Instrument parat hier heute. Aber ich glaube, einige Abgeordnete und auch die gesammelte, versammelte Kultur Österreichs hat Ihnen in den letzten Tagen ziemlich den Marsch geblasen. Und ich hoffe, Sie haben das auch gehört. Vielen Dank. Maria Großbauer, die ÖVP-Kultursprecherin, spricht sich hier für die Erhaltung des RSO aus. Dem ORF-Radiosymphonieorchester droht aus Spargründen das Aus.